Ja, was sind Hyperlinks? Ich kann in ein Textdokument sogenannte Verlinkungen setzen und zwar auf verschiedene Ziele. Ich habe jetzt hier mal die Homepage von LibreOffice. Ich kopiere mir diesen Link, dann kann ich das Ganze schließen und dann kann ich diesen Link natürlich entsprechend hier einsetzen. Wenn ich hier dann noch eine Leertaste drücke, dann wird es automatisch in einen Link umgewandelt und hier steht auch gleich der Hinweis mit Steuerungstaste gedrückt. Dann sieht man hier, die Maus wird zu so einer Hand und wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann habe ich hier entsprechend die Homepage wieder geöffnet. Die nächste Möglichkeit, einen Link zu setzen, das wäre zum Beispiel zu Elementen im Dokument. Ich setze jetzt hier mal eine Überschrift. Das Ganze muss ich natürlich dann auch als Überschrift deklarieren. Also ich muss jetzt hergehen und sagen, das ist eine Überschrift 1 und dann kann ich einen entsprechenden Link hier setzen, der dann hier hinführt. Ich rutsche das mal ein bisschen weiter runter. So, das sieht man jetzt gerade nicht und hier an der Stelle sage ich Einfügen, Hyperlink im Dokument diesmal. Und jetzt brauche ich ein sogenanntes Sprungziel zu diesem Punkt im Dokument. Das finde ich dann hier mit dem Punkt. Und ich habe hier eigentlich nichts drin im Dokument. Ich habe weder Bilder noch Tabellen noch sonst was, aber diese eine Überschrift und die verbirgt sich hier. Wenn ich die auswähle und sage Übernehmen, dann ist die hier dann aufgeführt. Ich kann auch diesem Link einen Text hinterlegen. Ich kann sagen, zur Überschrift 1 und so steht es dann im Dokument drin. Also hier steht jetzt zur Überschrift 1. Die Steuerungstaste muss wieder gedrückt werden und dann, wenn ich hier hin klicke, dann springe ich an diese Stelle, wo diese Überschrift ist. Das ging natürlich auch mit Tabellen, mit Grafiken, mit allem, was man hier in das Dokument entsprechend eingefügt hat. Ja, weitere Möglichkeiten. Einfügen, Hyperlink. Ich kann natürlich auch sagen, ich kann zu einem weiteren Dokument führen lassen. Ich habe hier nochmal meinen Privatbrief. Der wird hier jetzt entsprechend geöffnet. Wenn ich hier auf diesen Link klicke, schreibe ich nochmal Privatbrief. So, jetzt steht hier Privatbrief. Steuerungstaste gedrückt halten. Ich klicke hier drauf und dann geht auch entsprechend dieses Briefdokument auf.